Es war ein bisschen schade, dass wir 2-0 verloren haben. Ich denke, die Mannschaft hat sehr gute Arbeit gemacht auf dem Platz. Die Aufstellung hat nicht zu viel miteinander gespielt. Darum war sehr gut, da war viel Positives in der Leistung. Mit diesem Spiel gestern haben wir vier Spiele in zehn Tagen. Ich denke, am Samstagabend nächste Woche wissen wir besser, ob es gut war oder nicht. Ich denke, Liverpool ist zweiter und ein paar sehr größe Mannschaften, Inter Milan, sind zweiter in der Gruppe. Wenn du erst in der Gruppe bist, sagt das nicht, dass du ein leichteres Gegner bekommst. Wenn du Bayern München schaust und sie rotieren und die 19. und 20. Spiele heißen Pizarro und Gomez, dann weiß jeder, dass wir so etwas nicht machen können. Vielleicht ist das Selbstvertrauen der Mannschaft nicht ganz hoch auf diesem Moment. Aber im Spiel kann alles passieren. Wenn sie ein paar gute Momente am Anfang des Spiels haben, dann bekommen die Spieler das Selbstvertrauen zurück. Wir müssen bereit sein, dass wir von Anfang an sehr gut spielen und nicht die Chance für die Hoffenheim-Mannschaft, die das Selbstvertrauen zurückkriegen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.